Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Steffi oder auch Devilly Crochet. Ich muss mich immer ein bisschen ordentlich hinsetzen. Irgendwie spinnt meine Handykamera heute ein bisschen. Das sieht zwischendurch immer mal so ein bisschen verschwommen für mich aus. Ich hoffe, das ist dann nicht wirklich verschwommen, sondern liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie Lidschatten ins Auge bekommen habe oder so. Egal. Ihr seid ja auf meinem Handarbeitspodcast Sweet Little Things gelandet. Hier geht es ums Häkeln, Stricken, Spinnen und all die süßen Dinge drumherum. Häkeln, Stricken, Spinnen. Ja, manchmal auch nähen oder knüpfen und demnächst auch noch weben, aber dazu später. Wie immer begrüße ich alle, die eingeschaltet haben, Egal, ob neu zu mir gefunden oder ob ihr schon länger einschaltet. Und ganz am Anfang möchte ich noch etwas sagen, was mit Instagram zu tun hat. Ich weiß, dass mir nicht jeder, der mir auf Instagram folgt, hier auf YouTube folgt oder der mir auf YouTube folgt, auf Instagram folgt. Aber ich habe dort die 500-Abonnenten-Marke geknackt und habe ein Gewinnspiel gestartet. Könnt ihr gerne mal auf meinem Profil vorbeigucken. Das ist devilie-crochet. Verlinke ich euch aber auch hier unter dem Video. Zu gewinnen gibt es eine Projekttasche von mir und einen handgefärbten Strangwolle. Und was ihr dafür tun müsst, steht unter dem Post. Es sind eigentlich nur zwei Sachen zwingend erforderlich und eine dritte ist optional. Das erste ist verlinkt. Das mit dem Hashtag devilies500abos oder so. Steht unter dem, steht unter meinem Post. Also verlinkt ist mit dem Hashtag, der dort angegeben ist. Markiert mich mit at devilie-crochet und optional noch, wenn ihr irgendeine Farbe habt, die für euch gar nicht geht, damit die dann nicht auf dem Strang mit drauf ist. Es haben schon einige teilgenommen, aber alle, die die teilgenommen haben und kein Herz von mir bekommen haben bei ihrem Post, haben entweder den Hashtag vergessen oder mich nicht darin markiert. Also mich nicht at devilie-crochet, sag ich mal. Und es sind nur zwei Bedingungen und deshalb bin ich da jetzt auch diesmal hart. Und nur wer die beiden Bedingungen erfüllt, hüpft in den Lostopf. Ganz einfach. Es steht unter dem Post, was gemacht werden soll, wenn man nur die Hälfte liest. Hat man halt Pech, ne? Und es ist relativ eindeutig geschrieben, denn sogar jemand, der mir auf Englisch geantwortet hat, hat es geschafft, die Teilnahmebedingungen zu erfüllen. Also gehe ich davon aus, dass Leute, die der deutschen Sprache mächtig sind, das dann auch verstehen. Gut. Das war es zu Instagram. Ich muss mich wirklich mal gerade hinsetzen. Meine Haare heute, wie immer leidiges Thema. Ich glaube, ich muss mal zum Friseur. Irgendwie haben die mir die beim letzten Mal echt total verschnitten gehabt. Die sollten die nur ein bisschen kürzer schneiden und haben die irgendwie komplett durchgestuft. Und jetzt wächst das so komisch raus. Haarfarbe ist auch neu, falls es jemandem auffällt. Eigentlich ist das dunkle Amethyst, also so ein dunkles Braun mit lila Stich. Der lila Stich, der kommt irgendwie bei mir nicht raus. Ja. Mein Sohn wird enttäuscht sein, mein Großer. Der hat sich eh rote Haare gewünscht und jetzt sind sie nur dunkel. Naja. Wer weiß. In irgendwelchen der kommenden Videos werdet ihr mich dann wahrscheinlich mit roten Haaren sehen. Und wo wir gerade bei lila und lila Stich sind, ich habe etwas fertig. Etwas, wo lila drin ist. Was könnte es sein? Ja. Ding, 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 ding. Mein Flux Light ist fertig. Das ist eine kostenfreie Anleitung von Tinker Knits auf Ravelry oder auch auf tinkerknits.com. Das letzte Mal war ich beim ersten Ärmel, glaube ich, hier. Und dann habe ich den Ärmel zu Ende gestrickt. Das sind halbe Ärmel. Also die gehen mir bis hier, bis zum Ellbogen. Und der zweite Ärmel ist auch dran. Und ja, das ist ein Pullover, ein Raglan von oben. Der wird glatt rechts gestrickt. Außer hier auf dem Arm verläuft, das man jetzt natürlich nicht gut sieht, verläuft ein krausrechter Teil. Der zieht sich über den gesamten Arm, wirklich vom Bündchen aus runter bis zum Armbündchen. Ich habe auch keine Ärmelabnahmen gemacht. Ich habe den einfach gerade runter gestrickt und dann Bündchen dran. Und fertig ist er. Ja, 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 ja. Ich freue mich. Ich habe ihn fertig und er passt auch fast. An und für sich kann ich ihn anziehen. Er passt, weil er sich dehnt. Ich muss aber doch noch meine drei, vier Kilo abnehmen, vor allem am Bauch. Aber gut, da kann ich ja nicht wirklich abnehmen. Da muss ich warten, bis es sich komplett zurückgebildet hat von der Schwangerschaft. Und dann wird er auch perfekt passen. Ich habe nämlich jetzt so ein bisschen das Problem, dass der vorhandene Bauch ja vorher nicht vorhanden war. Der ist also in der Größe nicht einkalkuliert. Und dann schuppert sich mein Pullover immer so ein Stückchen hoch durch die Dehnung so ein bisschen. Ich kann ihn anziehen, aber er wird noch bequemer und toller, wenn ich dann endlich wieder mein normales Vorschwangerschaftsgewicht habe. Ja, seht ihr das da hinten? Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Video auch schon hatte. Das ist ein Hocker, bis zu 40 Kilo Tragekraft, in den man auch was reinpacken kann. Und ich habe ihn gekauft, weil ich, wie man an meinem Laptop-Cover sieht, absoluter Union Jack-Fan bin. Ich liebe, ich liebe diese Flagge und ich liebe England, ich liebe London. Ja, ich bereue es, dass ich damals aufgrund meines damaligen Freundes ein Angebot abgelehnt habe, was mich arbeitsmäßig nach England in die Nähe von London geführt hätte. Wer weiß, vielleicht würde ich dann gar keine Podcasts aufnehmen oder ich würde sie aus meinem Londoner Wohnzimmer aufnehmen. Ähm, naja, nun bekommt ihr mich live aus Berlin. Ähm, ja, das ist auch das Einzige, was ich fertig habe. Ich bin auch so schlecht vorbereitet, dass ich keine Ahnung habe, ob ich euch beim letzten Mal schon gezeigt habe, dass ich einen neuen Pullover angeschlagen habe. Oder eher eine Tunika. Oder ist es vielleicht doch ein Kleid? Man weiß es nicht genau. Äh, es ist der Didass Wiehe oder Wiehe von Knee Time. Hatte ja die, äh, Knitting Micky. Ja. Hatte den ja testgestrickt und hat den gezeigt. Doch, ich habe ihn euch letzte Woche gezeigt. Mir fällt nämlich ein, dass ich gesagt habe, ich glaube, einen Fehler gefunden zu haben. Und ich habe einen Fehler in der englischen Anleitung gefunden. Direkt, äh, sozusagen in der ersten Reihe. Ich habe das auch, ähm, der Designerin mitgeteilt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es auf Instagram schon gelesen hat. Also per Insta-Message oder nicht. Es ist auch nur ein kleiner Fehler. Aber die Maschenzahl geht halt nicht auf. Und wenn man so wie ich eigentlich absolut neu darin ist, ähm, so Pullover und so Kram zu stricken, ähm, dann findet man den Fehler auch nicht so einfach. Also ich habe tausendmal nachgezählt und dachte, irgendwie der Fehler muss ja bei mir liegen. Aber nee, nee. Da ist ein kleiner Fehler in der Anleitung. Kriegt man aber auch ganz leicht raus, wenn man die ersten beiden Reihen, äh, kontrolliert. Also englisch und deutsch. So. Und in Wiehe stricke ich ja aus so einem, äh, Single Garn, was ich von KnitCred zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das war, glaube ich, mein Juli-Strang oder so. Meine Juli-Stränge. Oder Juni? Ach, keine Ahnung. Wer meine Videos kennt, der weiß es und, äh, oder weiß es vielleicht. Aber es ist ja auch nicht so wichtig, von welchem Monat die sind. 100% Merino, glaube ich. Ich bin schlecht vorbereitet. Im letzten Video habe ich es euch alles, ähm, gesagt. Ach, genau. Ich hatte ihn angeschlagen. Ich war das letzte Mal da, da. Und das kam jetzt dazu. Von meinem Finger bis hier runter. Kann es euch auch nicht so ganz zeigen. Oh, ich zeige euch mal die Vorderseite. Das macht vielleicht mehr Sinn. Ich finde die Wolle toll. Die lässt sich super verstricken. Die mustert total schön. Und ich freue mich da riesig drauf. Als, äh, Kontrastfarbe, also den unteren Teil, den stricke ich ja mit einem Türkis. Ich habe meine Wolle jetzt natürlich nicht hier liegen. Wobei ich auch überlegt habe, ich könnte, oder ich will nochmal in die Anleitung gucken, wie viel ich von dem Türkis bräuchte. Seht mal kurz. Ich habe nämlich, ach, äh, 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 ich muss gerade mal hinter die Kamera hier greifen. Oh, jetzt fällt mir das Buch hier runter. Ich bin echt schlecht heute vorbereitet. Ich habe ja noch, ähm, einen ganzen Strang in diesem rot-orange. Also das ist so ein richtig knalliges, ja, so kommt die Farbe hin. Rot. Ähm, da habe ich ja sozusagen ein und ein Dreiviertel Strang noch. Da habe ich auch überlegt, das würde natürlich auch gut passen, ne? So als Knaller. Von der Stärke her passt's. Muss ich mal gucken, ob das, äh, reichen würde. Eventuell. Und ja, wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, der kennt, äh, diese Wolle auch. Daraus habe ich ja die Aladdin-Mütze, die zweite für meinen kleinen Sohn gestrickt. Die ja eigentlich für den Großen sein sollte, weil er sich das so, äh, gewünscht hatte. Der hat sich auch die Wolle ausgesucht. Und dann ist die Mütze ja viel zu klein geworden. Ich habe die vier Größen größer angeschlagen, glaube ich. Also ich habe die für drei- bis vierjährige angeschlagen und nicht die neugeborenen Version. Und die ist, äh, irgendwie nur einen halben Zentimeter größer geworden. War eine Anleitung von Drops Design. Keine Ahnung, wo da der Fehler lag. Auf jeden Fall hatte ich die Mütze jetzt auch nochmal angeschlagen für meinen Großen. Aber er hat sich jetzt entschieden, er will sie doch nicht mehr. Oder er will sie vorerst nicht mehr. Und deshalb habe ich dort, äh, die Nadeln gezogen und habe gerippelt. Und deshalb habe ich die Wolle jetzt sozusagen über und könnte die in ein neues Projekt verwursten. Ich finde die nämlich echt, echt toll. Das ist eine Merino-Nylon, glaube ich, Sockenwolle. Auch von NITCRED. Ähm, ja. Jetzt habe ich das erstmal entwirrt. Dann kann ich das nachher richtig ribbeln. Genau. Also die vielleicht hierzu. Ich freue mich schon. Ich mache mir da aber keinen Stress jetzt mit dem, äh, dass der unbedingt fertig werden muss. Mein Flux Light hat ja auch, äh, etwas über ein Jahr gebraucht, bis er fertig wurde. Nicht, dass ich wirklich so lange dran gestrickt hätte. Er lag eine ganze Weile, weil ich, wie im letzten Video schon gesagt, es nicht eingesehen habe, wenn ich schwanger bin und ihn eh nicht anziehen kann, ihn dann fertig zu machen. Auch doofe Einstellung, aber war halt so, ne? Ja. Dann machen wir weiter mit anderen Sachen, die ich geribbelt habe. Wie ihr euch erinnert, habe ich ja einen kleinen Minical angefangen mit Andrea, Nittingfairy1983 auf Instagram. Und zwar von Birgit Freyer. Achso, der Weiche ist eine Kaufanleitung. Findet ihr auf Ravelry. Ich verlinke euch das aber alles unterm Video. Ähm, ich habe von Birgit Freyer das Bella Bestia angefangen mit ihr zu stricken. Und, ähm, es liegt mir nicht. Ich bekomme Lace, pures Lace momentan einfach nicht in meinen Kopf. Ich hatte wieder einen Fehler gemacht und, ähm, es hat mich dann so angekotzt. Ich konnte dieses Tuch nicht mehr sehen. Also habe ich es geribbelt. Das ist die Wolle. Das ist, ähm, 100% Baby-Alpaka. 800 Meter auf 100 Gramm. Und ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte absolut keine Lust mehr. Und wenn ich keine Lust auf irgendwas habe, quäle ich mich da nicht durch. Vor allem nicht, wenn ich erst, äh, so ein Stück gestrickt hatte. Vielleicht fange ich es irgendwann anders nochmal an. Vielleicht mit der gleichen Wolle. Vielleicht mit einer anderen Wolle. Vielleicht aber auch nie. Wir wollten es ja fertig haben bis zum Sommer, wenn Andrea mich wieder besuchen kommt. Bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht schlage ich es dann ja nochmal an. Jetzt erstmal einen kleinen Schluck trinken. Und mal mit einem Ohr hören, ob der kleine Mann wach wird. Der macht mich schon eine ganze Weile Mittagsschlaf. Ich wollte heute eigentlich erst gar kein Video aufnehmen. Sondern es morgen machen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich morgen ja gar keine Zeit habe. Weil morgen wieder Handarbeitstreff ist. Ja. Da erzähle ich aber nachher auch noch was zu. Dann habe ich noch etwas geribbelt. Oder erstmal die Nadel nütze. Und zwar die Babysocke mit dem Rollbündchen. Warum? Ganz einfach. Ich habe keine Lust, die weiter zu stricken. Ich bin gerade im Magic Loop Fieber. Und das ist auch so ein Ding. Deshalb glaube ich, könnte vielleicht bei mir der Knoten mit dem Lace auch nochmal platzen. Denn ich habe früher totale Probleme gehabt, Socken zu stricken. Also bestimmt zwei Jahre lang sind die Nadelspiele bei mir in die Ecke gewandert. Oder geflogen, weil ich es nicht hinbekommen habe, eine Socke zu stricken. Dann habe ich es irgendwann mal wieder probiert und zack, ging es. Das gleiche war Magic Loop. Ich habe glaube ich noch vor zwei oder drei Videos gesagt, ich hasse Magic Loop. Ich komme damit nicht klar. Ich will es nicht. Mittlerweile, ich liebe Magic Loop. Ich finde das total klasse, zwei Socken oder Handschuhe oder Handstulpen zur gleichen Zeit zu stricken. Dass die wirklich gleich weit sind. Und deshalb das geribbelt. Ich brauchte nämlich A, die Nadeln, um meine Bündchen zu stricken für etwas, das ich neu angeschlagen habe. Für Socken, die ich neu angeschlagen habe. Weil das Bündchen stricke ich immer erst auf Nadelspiel oder auf Crazy Trio. Aber die Trios, ich weiß gerade nicht, wo ich meine zwei Fünfer hingepackt habe. Und dann ziehe ich das auf die Rundstricknadel. Wenn ich so zwei, drei Runden vom Bündchen fertig habe und den Rest stricke ich dann auf der Rundstricknadel. Und es war eine einzelne Socke und der Dotschmenö. Ich stricke irgendwann nochmal dünne Babysöckchen, Spiralsöckchen mit Rollrand, wahrscheinlich mit mehreren Röllchen. Auf der Rundstricknadel dann im Magic Loop. Und gerade das zeigt mir eben, dass ich erst nicht mit einem Nadelspiel Socken spielen, stricken konnte. Und dann auch, dann es dann konnte. Und dann nicht Magic Loopen konnte. Und es jetzt doch kann und es geht. Denke ich, ist einfach momentan nicht die Zeit für Lace. Ich wollte gerade sagen Brioche, aber Brioche ist ein anderes Tuch. So, dann kann ich euch einen Fortschritt zeigen an Socken, die ich nämlich mit Magic Loop stricke. Und zwar aus 8-fach Sockenwolle, gefärbt vom Oranienburger Wollfärbe-Duo. Und da war ich das letzte Mal hier, da. Und das kam jetzt an beiden Socken hinzu. Stricken tue ich das auf Dreierholz- und Steinnadeln. Ebenholz und Pfeilchenholz mit einem 80 cm Seil. Also ich finde die ganz gut, die Nadeln soweit. Aber ich finde sie nicht so besonders toll, dass ich jetzt so viel Geld dafür ausgeben muss, um mir noch mehr davon zu kaufen. Ich hatte die ja letztes Jahr gekauft, als ich 3,5 war, für meinen einjährigen Blockgeburtstag die Nadeln gekauft habe. Als Beigabe für, oder als Geschenk, als Gewinn. Und dann dachte ich mir, kaufe ich mir auch welche. Und dann gab es 3,5 war nur noch mit, ja, hellen Nadeln. Und ich wollte gerne dunkle Nadeln haben. Und das war das einzige Nadelspiel, die einzigen Grundstrecknadeln, wo wenigstens eine dunkle Nadel dabei war. Es ist okay. Es lässt sich gut stricken. Aber ich bin froh, dass ich da jetzt nicht so Holz- und Steinnadel-verrückt bin. Ähm, ja, die Färbung hat keinen Namen, glaube ich, gehabt. Oder, ich weiß ihn zumindest nicht. Ich habe mir, ähm, das ganze Knäuel auf zwei kleine Knäuelchen, ähm, umgewickelt. So wie es aussieht, wird davon auch noch was übrig bleiben. Ich habe ja schon ein paar Socken für mich da draus gestrickt. Und dann werden die für den ganz kleinen Mann. Und dann werde ich vielleicht noch ein paar Socken draus bekommen. Kürzere für meinen großen Sohn. Den großen, den Vierjährigen. Ja. Also Qualitätsarbeit ist die Tasche hier nicht. Das ist ja so eine, so ein Geschenk von Pfarr. Seht ihr das? Da geht der Henkel ab. Der reißt da raus. Dabei trage ich die nicht mal an dem Henkel an. Wer weiß, wer weiß, was da passiert ist. Naja, in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und solange wie die Tasche noch funktioniert, geht das ja. Genau. Dann kann ich euch einen klitzeklitzeklitzekleinen Fortschritt zeigen. Und zwar an meiner Cozy Memory Blanket. Da habe ich euch ja gesagt, dass ich das eine Quadrat noch fertig machen möchte. Und ein neues Anschlagen. Und das habe ich auch. Das Quadrat ist fertig geworden. Und das habe ich neu angeschlagen. Hier ist mir auch aufgefallen bei dem Quadrat, ich habe vergessen, meine graue Zwischenreihe zu machen. Aber es ist egal. Deshalb mache ich es nicht nochmal auf. Ich habe, wie gesagt, ein Quadrat angeschlagen. Und ich möchte ja pro Woche zwei neue Quadrate fertig stricken. Jetzt werdet ihr sagen, öh, hat sie ja gar nicht. Hat ja nur eins fertig gemacht und eins angeschlagen. Ja, die Woche geht ja auch von Montag bis Sonntag. Und wir haben jetzt Donnerstag. Also ich rede von einer richtigen Kalenderwoche. Und ich habe das jetzt schon mal angeschlagen, das eine Quadrat, weil am Samstag die liebe Familie hier einrückt und ich ganz gut an meiner Decke weiter stricken kann, wenn die dann hier im Wohnzimmer bei uns sitzen. Da kann man auch ein bisschen bei quatschen und trotzdem stricken. Von daher gehe ich davon aus, dass ich am Samstag zwei Quadrate hinbekomme. Oder dann zumindest an dem einen weiter stricke. Und dann Sonntag das zweite stricke. Stricken tue ich die Cosies Memory Blanket nach einer Anleitung von Ladybug Laboratories. Das ist ein Video, ein Video-Tutorial hier auf YouTube. Aber sowohl im Video-Tutorial als auch in der schriftlichen Anleitung ist ein Fehler. Bei den Eckquadraten zum Aussquaren, also zum viereckig machen unten. Aber das kriegt man auch selber raus. Oder wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, dann könnt ihr mich auch gerne fragen. Dann gucke ich nochmal, wo ich meine Aufzeichnungen hingepackt habe, um den Fehler zu korrigieren. Also entweder sagt sie, man strickt eine ganz normale Rückreihe, aber man muss eine Hinreihe stricken oder andersrum. Also man muss genau das Gegenteil bei der ersten Reihe machen von dem, was sie sagt. Wenn sie sagt, man muss Abnahmen machen, dann muss man keine machen. Oder wenn sie sagt, man macht keine Abnahme, dann muss man eine machen. Also genau das Gegenteil von dem, was sie erzählt. Stricken tue ich das auf 3,0er Chiagunadeln mit dem Drahtseil und mit vierfälliger Sockenwolle mit Resten. Ja, das ist alles, was ich zu der Decke sagen kann. Die Breite hat sie schon oder war es die Länge? Ich glaube knapp 1,90 m habe ich schon ausgesquared. Und ja, breite Länge, die soll quadratisch werden. Also ich muss das Gleiche jetzt noch in die Höhe. Das wird noch eine Weile dauern. Das wird noch eine Weile dauern, ja, ja. Wie ihr merkt, bin ich heute auch etwas durch den Wind. Das liegt daran, dass diese Woche irgendwie Kacke war. Wir hatten am Dienstag die U8 mit dem Großen und der hatte dann irgendwie gar keine Lust mitzumachen, hat den Zeichentest verweigert. Gut, er malt auch nicht gerne oder zeichnet nicht gerne. Er tuscht lieber sehr expressionistisch, wie man im Kindergarten sagt. Zum Glück hat er keine sprachlichen Auffälligkeiten. Also dass das Nuscheln, was er hat, dass sich das verwächst, sozusagen. Und dass, wenn er sich konzentriert, dass er dann auch deutlich sprechen kann. Dass es also in dem Sinne kein Sprachfehler ist, sondern eine Konzentrationssache. Oder Faulheit, die Zähne auseinanderzumachen. Aber das hat er vom Papa. Und der Papa macht die Zähne beim Reden nicht auseinander und dreht sich nur noch weg. Ist super. Ja, aber er hatte dann beim Sehtest, weiß ich nicht, ob er keine Lust mehr hatte. Anfangs hat er noch gut mitgemacht oder ob er wirklich nicht richtig sieht. Auf jeden Fall müssen wir zum Augenarzt. Und bei dem Hörtest, das wo dieses Gerät rankommt und dann so ein Auto fährt, das ist irgendwie so ein Schalldrucktest oder so, war vollkommen unauffällig. Aber das, wo er die Kopfhörer aufbekommt, da hat er nicht verstanden, dass er, sobald er einen Ton sagt, irgendwie die Hand heben oder jetzt hier ich oder sonst was sagen soll. Er hat dann nur angefangen zu grinsen. Also von dem her weiß ich, dass er eigentlich sehr, sehr früh schon was gehört hat. Es zählte aber natürlich nicht als Reaktion. Und dann hieß es, er hat den Hörtest verweigert. Also dürfen wir auch noch zum HNO-Arzt. Und das, wo ich ja gar nichts ansonsten zu tun habe. Und das total toll finde, mit zwei kleinen Kindern davon Arzt zu Arzt zu dackeln. Netterweise haben wir aber sehr schnell Termine bekommen. Den HNO-Arzt haben wir sogar schon nächsten Montag und den Augenarzt nächsten Donnerstag. Ja. Und heute bin ich auch so ein bisschen in Eile und ein bisschen angefressen, weil heute Nachmittag St. Martins Umzug von der Kita ist. Ein bisschen später als normalerweise. Und ich wollte die Laterne heute früh im Auto noch schnell fertig basteln, weil ich dachte, das wäre so ein Bastelset wie letztes Jahr der Löwe, wo alles schon mit drin liegt. Nein, kein Kleber. Dann braucht man eine Zange und, 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 und. In den Laternenstäben keine Batterien drin. Jetzt musste ich mir noch Kleber kaufen. Ich musste Batterien kaufen. Ich habe sicherheitshalber so eine Elektroteelichter noch gekauft, falls die Laternenstäbe, ich habe schon zwei zur Sicherheit, falls die kaputt sind. Und, ja, dementsprechend habe ich heute noch keine einzige Masche gestrickt. Jetzt habe ich wieder viel rumgelabert und ich habe sogar noch was, was ich euch zeigen kann als Fortschritt. Sogar noch zwei Projekte. Zwei Tücher. Und an einem Tuch, nämlich dem Exploration Station, dem Karl mit Hannah von Hannah Strick, Katharina von Late Night Knitting und Annette von The Nerd Knits, habe ich das oder den Brioche-Teil fertig. Er ist fehlerbehaftet. Ja, das weiß ich auch. Man sieht es auch. Aber ich finde ihn trotzdem toll. Das ist die Vorderseite und auf der Rückseite ist er halt dunkel und hell. Beim nächsten Mal würde ich da vielleicht eine halbe Nadelstärke runtergehen. Weil der sehr locker ist. Aber dadurch ist es auch schön flauschig. Ja, richtig zeigen kann ich ihn euch nicht. Er passt nicht mehr aufs Seil, aber ich habe lieber ein kürzeres Seil drin und muss die Maschen nicht so extrem hin und her schieben, als dass ich ein langes drin habe, wo ich alles zeigen kann. Und da sieht man auch gut den Fehler. Da ist so ein Stück in der Reihe, wo was falsch ist. Ja, das ist mein Exploration Station. Das wird mein zweiter Exploration Station und die Anleitung ist von Stephen West. Es ist eine Kaufanleitung auf Ravelry und sonst wo zu finden. Verlinke ich euch auch alles. Und ich stricke die aus Sockenwolle. Die knallebunte und die rosane ist ganz normale Sockenwolle. 0815 von mir gefärbt. Ich glaube, die Basis war sogar Trekking von Atelier Zitron. Ja, von Atelier Zitron und Farbe A, dieses Lilane und Farbe C, dieses Dunkle, sind Allergiker Sockenwolle aus dem Woolworth. Das Knäuel, 50 Gramm, 1 Euro. Zusammensetzung Polyester, Polyamid und Nylon. Die Menge kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich glaube, am meisten Polyester, dann Polyamid und ein paar Prozent Nylon. Aber die ist super weich und kuschelig. Und deshalb habe ich sie ja ausgewählt. Aus der hatte ich ja schon Socken für meinen großen Sohn gestrickt. Und dann habe ich mir noch Knäuel nachgekauft, um die in den Exploration Station zu verstricken. Und das erste 50 Gramm Knäuel von dem dunklen habe ich auch fast aufgebraucht. Ich habe mir jetzt das Resteknäuel vom großen Sohn gewickelt, also von den Socken, was übrig geblieben ist, um mal zu gucken, ob ich damit dann auskomme oder ob ich noch eins von den anderen neuen Knäuel anfangen muss. Ich gucke immer mal hier so links hoch, weil ich den Katzen einen neuen Kratzbaum gekauft habe, mich gequält habe, den aufzubauen. Und der wurde jetzt wirklich, also Montag habe ich den aufgebaut, drei Tage lang fast komplett ignoriert. Und eben habe ich gesehen, dass ganz oben Amor drauf sitzt, dass der den jetzt wirklich benutzt. Also der neue steht da hinten. Und den alten, den habe ich da hinten noch zu stehen. Da ist jetzt aber gerade keine Katze drauf. Weil ich wollte nicht den alten direkt wegnehmen und nur den neuen stehen lassen. Die sollen sich ein bisschen an den neuen gewöhnen. Und ansonsten fangen die an, mir die Wohnung hier voll zu pinkeln. Das sind ja absolute Sensibelchen, diese Kater. Soll man nicht meinen. Riesige norwegische Waldkater und absolut sensibel. Ja. Ich werde jetzt erst mal das Video unterbrechen. Für euch ist das ja nur eine Sekundensache, weil ich nicht genau weiß, wann meine Kamera umschaltet. Und dann habe ich das selber in der Hand. Da. Video umgeschaltet. Dann mache ich doch mal weiter mit dem letzten Fortschritt, den ich euch zeigen kann. Und dann kann ich euch noch zwei neue angeschlagene Projekte zeigen. Ein New In. Und ein Buch, was ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen habe, wo ich sehr neugierig bin, was da so drin ist. Ich habe es mir noch nicht großartig angeguckt. Aber alleine den Titel finde ich schon toll. Und ich habe bei dem Tuch weiter oder das Tuch, an dem ich weiter gestrickt habe, so rum, ist mein Japanese Garden Shawl. Da wird der erst hier aus der Mitte heraus gestrickt. Und dann legt man eine Seite still und strickt an der anderen. Ich bin ein bisschen traurig, weil der ist wirklich wunder, 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 wunderschön. Meiner Meinung nach. Aber ich habe erst zu spät gesehen, dass der gar nicht mit Fingering, sondern mit Decay eigentlich gestrickt wird. Und eigentlich wäre der irgendwie jetzt so breit. Und bei mir ist er nur halb so breit. Also bei mir wird es kein richtiges Tuch, sondern wahrscheinlich eher ein Schal. Aber gut, heißt ja auch Japanese Garden Shawl. Das letzte Mal war ich hier, da, kurz vor Ende des blauen Wedges. Und jetzt habe ich noch etwas über die Hälfte vom nächsten hellen Wedge reingestrickt. Ich habe schon das Blümchen, das Gänseblümchen drin, die Blüte. Und bin jetzt hier oben wieder im Weißen. Und danach kommt ein lilaner Streifen und dann wieder ein weißer. Und ja, so geht es dann weiter. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Ich finde auch die Farben toll. Das sind ja Babyblau, Hyazinthe und Natur. Alles drei Fine Merino Socks von Lanatos. Und die beiden farbigen habe ich gefärbt. Und das ist halt Natur ungefärbt. Ja, die Zusammensetzung kennt ihr ja. 75, 25, 400 Meter, also 75 Schuhrwolle, Merino extra fein. 25 Polyamid und 420 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Richtig schön kuschelig. Und stricken tue ich das auf Haya-Haya 3,5er Nadeln Austauschwechsel-Seil-Dingens. Da fällt mir gerade hin, ich habe noch ein Newin, wo ich gerade die Nadeln hier sehe. Die sind nicht neu. Die stecken schon eine Weile in dem Projekt. Aber auf jeden Fall will ich an dem auch jetzt wieder vermehrt weiter stricken, weil ich den auch gerne fertig haben möchte. Ich möchte den von den Nadeln haben. Und vor allem möchte ich ihn tragen. Ich bin gespannt, wie groß er dann letztendlich wird. Ich bin ja schon wieder dabei, Abnahmen zu machen. Also er wird jetzt langsam schmaler. Ich weiß gar nicht, wie viele Wedges da reinkommen. Wartet mal ganz kurz. Ja, das war an Intelligenz kaum zu übertreffen. Mein Handy. Aha, da war der Akku leer. Jetzt ist das Handy aus. Deshalb, ich kann euch gar nicht sagen, glaube ich, von wem die Anleitung ist. Es sei denn, es steht drauf. Wenn ich es mir mit ausgedruckt habe, kann ich es euch sagen. Diese steckt in die Anleitung vom Exploration Station in meinem Japanese Garden Shawl. Keine Ahnung, warum ich die da reingesteckt habe. Also, wo bin ich jetzt? Jetzt, das ist der. Also es kommen noch ein, zwei, drei farbige Wedges. Ich bin jetzt im zweiten, ein, zwei und drei weiße. Und dann ist er fertig. Also drei farbige und drei weiße noch. Und dann bin ich fertig. Die erste Seite habe ich nicht hier. Aber die Anleitung ist von Jana Hook. Und Japanese Garden Shawl. Die erste Seite habe ich mir, glaube ich, gar nicht ausgedruckt. Aber so ungefähr sollte er dann aussehen. Ja. An und für sich wird er gestrickt mit Garn, das 350 Meter auf 100 Gramm hat. Meins ist dünner. Wie gesagt, 70 Meter dünner. Oder länger als angegeben. Ja. Shit happens, ne? Wenn man nicht drauf achtet. So, jetzt muss ich erst mal misch ein bisschen ordnen hier. Und dann setze ich mich mal wieder richtig hin. Kommen wir zu zwei Projekten, die ich neu angeschlagen habe. Und das ist super, dass ich mich jetzt hier gerade wieder ordentlich hingesetzt habe, wo mein Projekt da hinten runtergefallen ist. Und zwar habe ich auf Instagram schon gezeigt, was ich neu angeschlagen habe. Und habe raten lassen, was es wird. Die Vermutung waren Socken oder Handstulpen. Socken definitiv nein. Handstulpen war nah dran. Es werden Handschuhe. Eigentlich sollten die fürs Baby sein. Aber die sind dann doch größer geworden, weil ich mich entschieden habe, dickere Wolle zu nehmen. Weil ich die in diesen Farben da hatte. Das ist sechsfach Sockenwolle, Feinmarine Socks von Lanatus ungefärbt. Und das ist Atelier Zitronen, sechsfach Trekking. In Reste Farbe Orange. Das sollte eigentlich mal Senfgelb werden. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist sozusagen entstanden, als ich die Farben so zusammengemischt habe. Auf 0,01 Gramm genau für Senfgelb. Wurde so ein Fuchsrot. Und da sind wir auch schon dabei. Das wären Handschuhe mittens mit Colorwork. Und zwar... Da. So, seht ihr das? So. Wobei ich spinkse mir. Die Little Fox Mittens. Das wären das von Jorrit Linnwix. Aus dem Buch, was ich euch Anfang des Jahres, glaube ich, gezeigt habe. Oder Ende letzten Jahres. Big Book of Knitted Mittens. Das habe ich mir ja bei Talia für meine Payback-Punkte geholt. Und ja. Die werden das. Oder daraus werden sie. Bin ich mal gespannt. Ist das erste Mal, dass ich jetzt was aus dem Buch stricke. Ich habe ja auch das Sockenbuch. Wo mich aber momentan das abhält, dass sie irgendwie eine ganz komische Sockenkonstruktion da hat. Aber ja. Schauen wir mal, wie die jetzt funktionieren, die Mittens. Und als ich die so am stricken war, ich stricke die ja auf 4 Millimeter Haie Haie Nadeln, Sharps. Ich hätte gerne den Colorwork-Teil mit Fünfernadeln gestrickt. Aber meine Fünfernadeln hängen in... Wo hängen denn meine Fünfernadeln drin? Im Exploration Station. Meine Fünfernadeln hängen im Exploration Station. Und ja. Deshalb bin ich hier bei den Vierernadeln geblieben. Weil die 4,5 hängen in irgendeinem anderen Projekt. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem die hängen. Aber auf jeden Fall, die hängen auch in einem anderen Projekt. Also bin ich bei Vierernadeln geblieben, mit denen ich auch schon das Bündchen gestrickt habe. Und versuche locker zu stricken. Und vernünftig die Fäden einzuweben, sodass mein Großer dann auch mit seinen Patschefötchen da reinkommt. Und weil ich eben Fünfernadeln gerne nochmal gehabt hätte und auch nochmal ein paar Vierer und 3,5er hatte ich mir die alle schon bei Amazon so in meinen Warenkorb gelegt. Und dann dachte ich mir, als ich den Preis gesehen habe, jo. Dann kannst du ja auch gleich ein Set kaufen. Und so habe ich ein New In, was ich jetzt einfach mal vorziehe und euch zeige. Ich habe mir nochmal das Haya Haya Sharp Set gekauft. Ich habe ja schon eins, was aufgefüllt wurde von, also mit anderen Nadeln aufgefüllt wurde von Katharina von Late Night Knitting. Und jetzt habe ich mir das nochmal geholt, Haya Haya Sharp, klein. Also die dünnen Nadeln 2,75, 3,25, 3,25, 4,5 und 5. Und natürlich auch passenden Seile dazu und diese Gumminöppels zum Festmachen. Genau und wie das gestern so ankam, habe ich dann festgestellt, die Tasche habe ich ja schon. Aber da sind ja meine kleinen Seile, äh, meine kleinen Nadeln drin. Das ist ja das Socken-Set, was ich mir geholt habe. Und wie man sieht, fehlt da ein Paar. Nämlich die 2,5er. Und diese Tasche, die zieht die Katzenhaare so extrem an. Das ist so schön, wie die Taschen sind. Weil da hängen ständig die Katzenhaare dran. So viele Haare fliegen ja eigentlich gar nicht rum, wie an den Taschen hängen. Da hängt sozusagen schon eine dritte Katze mit dran. Auf jeden Fall fehlen hier daraus die 2,5er Nadeln und das ganz lange Seil. Denn darauf habe ich meine Novembersocken angestrickt. Aus knalle orangener Wolle. Und die ist so knallig, wie sie aussieht. Das war der Strang, den ich euch gezeigt habe in dem Video, das ich in Koblenz gedreht habe. Das ist von der Westerwälder Wollschmiede. Sockengarn 7525. Ich finde, das sieht extremst dünn aus. Es fühlt sich auch sehr, sehr dünn an, so im Vergleich zu anderen Sockengarnen. Aber es strickt sich super. Die Farbe hat keinen Namen. Und gekauft habe ich das auf der Kreativmesse in Koblenz. Ich stricke zwei zur gleichen Zeit mit Magic Loop. Einmal von innen und einmal von außen, weil ich nichts abwickeln wollte. Ich hatte mir so ausgerechnet zwischen 30 und 35 Gramm bräuchte ich eventuell für eine Socke. Also ich habe eine andere Socke gewogen, nicht gemessen, gewogen. Und die hatte so 32 Gramm. Und dann dachte ich, nee, dann bleibt nachher da ein Rest von irgendwie drei Gramm übrig. Damit kann man auch nichts machen. Probierst du mal von innen nach außen zu stricken. Und wenn es mir zu sehr auf den Nerv geht, kann ich ja immer noch mir das wickeln. Hier sind die zwei. Und da bin ich gerade mit dem Bündchen fertig. Das sind sieben runden Bündchen. Eins rechts, eins links. Und 64 Maschen habe ich angeschlagen. Und das Novembermuster ist ja ein... Ja, es hat eigentlich keinen Namen. Ich habe es Lochmuster in Türkis genannt. Das ist vom Blog fidonitz.blogspot.de Die Fidonitz hat auch eine Facebook-Seite, glaube ich. Und es ist ein kostenfrohes, ein kostenfreies, ein kostenloses Muster. Und wie gesagt, ich stricke das auf den 2,5er Heier-Hairsharps mit dem langen Seil. Und das sind auch so die dünnen, die ganz, ganz, ganz dünnen Nadeln. Wenn man da ein normales Seil dran machen will, muss man das mit einem Adapter machen. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob man das kann. Man kann aber die Seile an normale Nadeln, an die dickeren Nadeln machen mit einem Adapter. Und die flutschen super hier drüber. Also finde ich klasse. Mir gefällt das Strickbild. Und ich finde es toll, dass die jetzt gleich weit sind schon. Das ist halt der Vorteil bei zwei Socken auf einer Rundstricknadel, dass die wirklich immer gleich weit sind. Ich werde die für die Fersen runternehmen. Und dann nach der Ferse wieder draufpacken. Und dann die Spitze werde ich wahrscheinlich wieder auf dem Nadelspiel machen. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall. Aber vielleicht mache ich die Ferse auch nicht. Ich muss mal gucken, wie mir das so liegt. Ich werde eine Sicherheitsleine wahrscheinlich einziehen. Und dann schauen wir mal. Ja. Das waren alle gestrickten Sachen. Ich habe nichts genäht. Ich habe nicht gesponnen. Ich habe nichts geknüpft. Ich habe nicht gehäkelt. Nur das. Aber es ist doch einiges für eine Woche. Und als Zweifach-Mama. Ich glaube, da habe ich doch einiges geschafft. Aber ich habe ja noch ein New In. Und ein ausgeliehenes Buch. Und zwar habe ich mir ausgeliehen magisch-mystisch stricken im Vampir-Stil. Ich finde es ja lustig, dass sie da sozusagen einen Vampir geschminkt haben. Bei den Männern. Und da sind halt schöne Dinger drin. Was ich so durchgeblättert habe. Sonst hätte ich es mir nicht mitgenommen. Was fand ich denn? Wo ist es denn? Ich hätte es mir auch schon mal so markieren können. Den hier finde ich zum Beispiel echt schick. Der ist glatt rechts und hat den an den Armen und unten am Bauch. So ein kleines Loch-Muster. Oder den hier. Den sieht man hier noch ein bisschen besser. Finde ich auch schick. Ich würde es aber... Also, das war der mit dem Loch-Muster nochmal. Und das ist ein anderer. Den würde ich definitiv länger stricken. Also generell würde ich die Pullover, die hier drin abgebildet sind, alle ein bisschen länger stricken. Und nicht nur bis kurz unterm Bauchnabel gefühlt. Ich weiß zwar nicht, was das alles mit Vampiren zu tun haben soll. Der, den ich euch eben gezeigt habe, der hat auch hinten eine Kapuze. Ich sag mal, es ist alles dunkel gehalten. Ob es deshalb für Vampire ist oder sein soll. Ja. Hier war noch irgendwo was drin, was ich ganz nett fand. Hier sind noch Handstolpen drin und Mützen und Tücher und für Männer ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da sind so kleine Fledermäuse drauf und das ist in Double Face gestrickt, wenn ich das... Ja. Double Face-Muster in glatt rechts. Also das werde ich bestimmt nicht stricken, aber ich finde es trotzdem schön. Weil Double Face ist mir ein bisschen zu aufwendig. Vor allem eine ganze Jacke darin zu stricken. Ja. Das habe ich mir erst mal mitgenommen. Will ich mir mal angucken. Ich werde sicherlich noch nichts anstricken, weil ich ja erst mal mein Biche oder Bier... Also falls da jemand weiß, wie das ausgesprochen wird, kann er mir das auch gerne mal als Kommentar dalassen. Den will ich ja erst mal weiter stricken oder ein ganzes Stück voranbringen, bevor ich drüber nachdenke, noch einen Pullover oder eine Jacke anzufangen. Und eigentlich ist ja auch mein großer Sohn dran. Mal mit einem Pullover oder einer Jacke. Ich rede schon über ein Jahr davon, dass er ja was haben will. Schon zwei Kleidergrößen größer. Ja. Aber momentan hat er gesagt, er will gar nichts Gestricktes. Außer die Handschuhe. Die fand er dann doch cool. Ja. Und dann, weil ich ja noch nicht genug Hobbys habe mit Häkeln, Stricken, Nähen, Spinnen, hat es auch mich erwischt. Ich habe mir eine Summlung bestellt. Aus Amerika. Über Amazon. Ich habe ein Haar im Mund gehabt. Von Schacht, den Originalen. Ich wusste, dass ich Zoll bezahlen muss. Das war mir klar. Der kam so umgerechnet 30 Euro. Ich glaube 35 Dollar oder sowas. Womit ich nicht gerechnet habe, war, dass ich den nicht vom Zoll abhole und die 5,38 Euro einen vor Umsatzsteuer nur bezahle, sondern, dass die Post einfach mal das Geld auslegt und sich diesen Service mit 6 Euro nochmal bezahlen lässt. Also habe ich dann fast 12 Euro oder 11,38 Euro bezahlt, als ich das Ding von der Post abgeholt habe. Ich fand das ein bisschen frech, weil ich wäre auch liebend gerne zum Zoll gefahren und hätte nur die 5,38 Euro bezahlt. Ich habe die Post nicht gebeten, das Geld auszulegen und den auszulösen. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, weil das wurde auch als Paket versendet und auf dem Schein stand, dass ich die Post beauftragt hätte. Oder Auftraggeber, mein Name, Beauftragter Deutsche Post AG. Naja, ich habe es bezahlt, weil ich ihn haben wollte und ja, da ist eben der Zoom-Loom drin. Wie man sieht, habe ich noch nicht angefangen. Ein kleines Heftchen, wo alles erklärt wird und Nadel, Webnadeln. Ich werde also demnächst auch anfangen zu beben. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, aber ich habe ein Video gesehen. Ich glaube, das ist das neueste von der Chantimanu und die hat sich ein Täschchen daraus gemacht und die Idee finde ich ganz cool. Vielleicht mache ich mir da auch eine Projekttasche draus. Ich will da sozusagen alle Reste benutzen, die eben zu klein sind für meine Reste-Decke, aber zu groß für so ein kleines Schlüsselbund-Söckchen und ja, da mache ich mir aber gar keinen Stress mit. So wie es kommt, kommt, so wie ich Lust habe und wie man sieht, der kam jetzt an. Ich habe den Montag abgeholt von der Post und bisher hatte ich noch keine Lust, mich hinzusetzen und die Kette da aufzufädeln. Ja, gesponnen habe ich diese Woche auch nichts, aber ich werde morgen wahrscheinlich vor dem Handarbeitstreffen, was wir haben, ab 16 Uhr, glaube ich, wieder im DINEA, im Galeria Kaufhof am Alexanderplatz, muss man ganz kurz gucken, ob das, ob die Uhrzeit wirklich stimmt. also wir treffen uns auf jeden Fall im DINEA, ähm, in dem Galeria Kaufhof am Alexanderplatz. Wir sitzen rechts, ähm, dem Bahnhof zugewandt, ja, ab 16 Uhr, also mit der Fensterfront zum Bahnhof und, ähm, wir sind eine lustige Truppe und bevor ich da aufschlage, werde ich wahrscheinlich bei der Wollnerin vorbei oder irgendwo anders, ich muss mal gucken, ob das wegetechnisch passt, weil ich nächste Woche Donnerstag einen kleinen Spinnenkurs bei mir zu Hause gebe, Spinnen an der Handspindel, ausziehen und so üben, äh, mit zwei Damen aus meinen Handarbeits, aus der Handarbeitsgruppe, mit denen ich mich dann morgen auch treffe, äh, die haben mich gefragt, ob ich ihnen das mal zeigen würde und dann habe ich gesagt, ja klar, ich besorge dann halt den Kammzug und kriege von denen das Geld für den Kammzug wieder und das war's dann. Ich glaube, Rita bringt noch ein paar Kekse mit, Kaffee habe ich hier und dann sind wir eine lustige Runde und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Ich bin auch total gespannt, was Rita für eine Handspinde mitbringt, weil sie meinte, sie baut sich selber eine und hat auf Facebook eine gepostet, die bestand irgendwie aus einem Löffel und einer Gabel oder so. Keine Ahnung, vorsichtshalber habe ich ja hier auch noch Spindeln und ich habe ihr auch geschickt sozusagen eine Anleitung beziehungsweise wo sie Material bekommt für eine Spindel, weil ich nicht ob man mit einer Gabel und einem Messer, die irgendwie so zusammengebunden sind, wirklich spinnen kann oder ob ich das kann und dann erklären kann, wie man das macht. Wäre ja blöd, wenn es daran scheitert, ne? Ja, das war es dann von mir. Habe ich euch alles gezeigt, das neu angeschlagene, das fertige, das weitergeführte, meine kleinen New-Ins und ganz, ganz viel drumherum gequatsche, aber wer mich kennt, der weiß, dass das öfter vorkommt. Tja, ich glaube, der kleine Mann wird auch bald wach werden, er schläft ja jetzt schon eine Weile und wir müssen auch bald los, das ist Adonis und in kommt kommt halt erst später ein Video. Ihr werdet das ja sehen und ja, ciao!